Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Feierfleiß bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an bei den Feierfleiß. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Okay, Diggergott. Der Akta? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Das ist... Verdammt. Das ist... ...wirklich krass. Wie viel weiß, Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... ...Immunität... ...bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Das ist so hingenommen. Oh, come on. Musik 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 Los Schon okay, ich mach das Geh schon Sicher? Ja Okay Was wir vorhin besprochen haben Ich hätt's wohl genauso gemacht Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss Das ist bitte für mich Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Ellie? Scheiße! Mann, hast du mich gerade erschreckt! Ich habe geklopft, aber... Hey! Hey! Was ist denn, Joel? Ich schau nochmal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... ...und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... Erzählte einen Witz und ich dachte an dich... Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es... Es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir... Nur eine Sekunde. Was ist das? Ähm... Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir... ...dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlass mich drauf. Tsch... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, gar nicht mal so übel Na, das ist doch schon was Sie gehört dir Nein, 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 ich hab doch keine Ahnung Ich hab versprochen, es dir beizubringen Hast du Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay 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 Weißt Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit Das ist dämlich Träumschön Nein, 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 nein Untertitelung des ZDF, 2020